Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch ein wunderbares Raketensortiment, ein großes Raketensortiment von Magnum Feuerwerk und zwar die Apollo Rockets. Ja, ein wunderschönes Raketensortiment von einer Länge mit über 1 Meter. Ja, wir haben hier wunderschöne 4 kleine Raketen, dann haben wir hier 4 Kugelkopfraketen und 9 große Raketen. Richtig brachial. Wir schauen uns einmal die Gesamt-NEM an und zwar haben wir hier 307,04 Gramm Kategorie F2. Und ja, dann würde ich sagen, zünden wir die mal. Das Design ist echt nice. Ich finde die Magnum-Designs richtig gut bei den Raketen. Bei den Saturn-Rokets sieht das ja so ähnlich aus. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, zünden wir die jetzt und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. So, von Magnum jetzt nochmal einen richtigen Apparatismus. Die Apollo-Rokets. Zack. Alter, das nenne ich mal Raketensortiment. Ich würde sagen, das kann uns jetzt richtig in die Fresse hauen. So, einmal alles ausklappern hier. Joa, mit dem Klappern habe ich nicht so irgendwie. Oh, oh, oh. Alter, es ist... Ich kann sich das schon wieder nicht ausdenken. Es ärgert mich, die Raketen heute. So. Zack. Ja, guckt euch das Stäbemassaker an. Das hängen wir jetzt in die Luft. Ja, und da packe ich ihn mal ganz kurz in den Raketen stehen. Aber bis gleich. So, die erste Fuhre ist abfahrtbereit. Ich würde sagen, wir fangen an mit Elekside. Zwei Mal. Sehr schön. Dann knüppeln wir mal alle vier Kugelkopf-Raketen hier weg. Würde ich mal säcken. Machen die einmal kurz alle ready. Let's go. Mal sehen, wie viel wir schaffen. Eins, zwei, drei, vier. Alle vier. Ja. 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 Die eine wollte nicht hoch. So. Dann machen wir nochmal eine Elekside und eine Span. Span, 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 Span. Späne. Holzspäne nur mit P, H und E. Sehr schöne Raketen. So, dann würde ich sagen, machen wir mal die letzte Ladung fertig. So, liebe Leute, die nächste Ladung ist fertig. Haben nicht mal alle auf die erste Reihe gepasst. Deswegen haben wir hier noch eine. So, ich würde sagen, hier ist die Psycon. Wieder diese, die ich nicht aussprechen kann. Dann haben wir hier die Toppers, Ruby, Pure Rope. Und ich würde sagen, wir hauen jetzt einfach mal alle weg hier. So, und die letzte Toppers. Wunderbar, Leute. Richtig geiles Raketen-Sortiment. Kaum Empfehlungen draus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020